Wenn wir bei Hanro neuen Druck entwickeln, dann gehen wir eigentlich sehr oldschool an die Sache, was ich auch sehr schön finde. Das heißt, erstmal lassen wir uns inspirieren. Wir haben vielleicht Blüten, die wir toll finden oder sehen Gemälde, was uns inspiriert und sammeln dann Bilder zusammen, in welche Richtung es gehen könnte und fangen dann erstmal an wirklich mit Handzeichnungen. Kann sein mit Bleistift, kann aber auch sein, dass es wirklich mit Aquarell gemalt ist. Aber wirklich dieser erste Schritt ist ein sehr kreativer, wo wir viel mit dem Zufall auch arbeiten und viel mit Inspiration haben. Also in unseren Trendkollektionen ist es ganz wichtig, dass man einfach miteinander kombinieren kann. Also Tagwäsche, Nachtwäsche und Lounge, wenn miteinander kombinierbar sind. Uns gefällt der Gedanke, dass man dann zum Beispiel die Spitzen-Lingerie-Serie auch mit der gedruckten Nachtwäsche kombinieren kann. Dass es einfach wie so ein kleines Universum ist, was jede Kundin sich so zusammenstellen kann, wie sie eigentlich möchte.